Es ist eine kulinarische Entdeckungsreise in der St. Pöltner Innenstadt mit erlesenen Spezialitäten und regionalen Schmankerl, zum Beispiel Famos Delikatessen in der Domgasse. Hier gibt es alles für Feinschmecker, von Brot, These und Butter bis zu Schokolade. Auch saisonale Highlights wie Panettone oder Tropez Zwiebeln dürfen hier nicht fehlen. Im Griechenlandshop in der Kremsergasse gibt es Oliven, Olivenöl, Feta und andere griechische Köstlichkeiten aus biologischem Anbau. Bei vom Fass in der Wiener Straße Essig, Öl, Spirituosen und Feinkost wie Chutneys, Senf und Pasta. Hier lädt Inhaber Gerhard Scholler regelmäßig zu Verkostungen ein. Donfredo Manfred Hehal, ein Spanien-Spezialist, bietet seine qualitativ hochwertigen Produkte immer donnerstags auch am Wochenmarkt an. Es sind kulinarische Schätze in der St. Pöltener Innenstadt, die uns begeistern.